Starten von Main der Rasenkante. Ich habe jetzt seit anderthalb Wochen hier den S 300. Den Rasen habe ich vor zwei Wochen geschnitten und fertikotiert bzw. durchgekämmt. Ja, die Stelle ist ein bisschen schwierig hier. Aber es klappt soweit problemlos. Wie gesagt, vor zwei Wochen geschnitten und der hält ihn ja schön kurz. Na an dieser Stelle werde ich wohl nicht mit ihm nennen können. Das Gruselloch. Das Gruselloch. Das Gruselloch. Das Gruselloch. Das Gruselloch. Ja, so ein paar Ecken, die werde ich wohl nicht erreichen. Mit ihm. Aber im Großen und Ganzen liegt der Kabel schon ganz gut. Hier wollte ich nicht so nah ran. Hier liegen auch noch die Leitungen von meiner automatischen Bewässerung. Ja, das war die letzte Automatisierung im Garten. Ja, hier kann ich den hier halb über die Steine fahren lassen. Die Wiese ist zwar nicht besonders groß, aber ich wollte ihn erhaben. Unmärkte. Ja. Ja. Genau. Geschafft.